Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Python Challenge aus dem Vorstellungsgespräch und zwar geht es dieses Mal um die Schnittmenge von Listen. Allerdings mit einem kleinen Kniff und zwar die Listen sind sortiert, das heißt die Schnittmenge von sortierten Listen. Hört sich relativ einfach an, bitte hier nicht cheaten und irgendwelche vorgefertigten Tools verwenden, das wäre nicht ganz im Sinne der Challenge, denn diese Challenge wurde bei Twitter im Vorstellungsgespräch gefragt und ja ihr seht ungefähr was so das Niveau bei diesen Challenges teilweise ist. Das war natürlich ein Scherz, aber im Endeffekt ist es eine sehr interessante Challenge, weil man muss vieles dadurch beweisen, denn man kann ja ganz einfach auf einem Blatt Papier sozusagen lösen das Ganze und man kann zeigen, man weiß wie Listen quasi aufgebaut sind, was man im Endeffekt da häufig für solche Problemlösungsstrategien braucht und ich glaube, das ist auch ein ganz praktisches Problem, was man häufiger mal hat, zum Beispiel man hat eine Liste aus IDs von Usern, die in mehreren Kategorien vorkommen und man möchte nun eine Schnittmenge finden, zum Beispiel. Das macht durchaus Sinn, sowas zu fragen. Okay, wir schreiben uns selbstverständlich die Dev Intersection hier rein und was brauchen wir denn für Parameter? Wir brauchen nur die Liste, nennen wir sie einfach mal L1 bis L3, also L1, L2 und L3 brauchen wir sozusagen als Parameter. Und klar, natürlich kann man das Ganze hier ausweiten für eine beliebige Anzahl an Listen, das dürft ihr dann gerne mal zu Hause machen, einfach mal so ein bisschen dran üben. Kann man ohne große Probleme damit zu bekommen eigentlich ganz gut machen. Okay, wir wollen als nächstes, also wie gesagt, ich bleibe jetzt bei der Challenge aus dem Vorstellungsgespräch, da handelte es sich um drei Listen, man musste nicht mehr machen, man musste nicht weniger machen, sondern es waren genau drei Listen, wie jetzt hier auch gezeigt, aber man kann das eigentlich ohne Probleme auf eine beliebige Anzahl erweitern. So, und ja, was wir jetzt machen ist einfach folgendes, wenn ihr mal drüber nachgedacht habt, mich pausiert habt, selber mal nachgedacht habt, dann starten wir natürlich durch. Und zwar, was wir machen ist, wir holen uns einen Index 1, einen Index 2, einen Index 3 und setzen die alle drei gleich 0. Und damit haben wir im Endeffekt schon mal den Start festgelegt. Wir wollen quasi durch die Liste durch iterieren von links nach rechts. Warum können wir das machen? Na ja, ganz einfach, weil diese Listen hier natürlich sortiert sind. Dadurch können wir eine sehr viel effizientere Strategie bauen, also eine sehr viel effizientere Lösung, einen Algorithmus bauen, der sehr viel schneller ist, als alles abzugleichen. Also quasi zu gucken, ist das hier drin, ist das hier drin. Wir könnten das natürlich auch mit in machen, also L1 von 0 in L2. Falls ja, L1 von 0 in L3. Das geht natürlich auch, ja, aber es ist super ineffizient. Im Endeffekt haben wir hier eine Lösung, die im schlimmsten Fall, wenn alle Elemente aus der ersten Liste in der zweiten vorkommen und nicht in der dritten vorkommen oder in der dritten vorkommen, haben wir hier quasi Laufzeit von n², wenn man es genau nimmt. Denn dieses Element muss mit jedem Element hier drin abgeglichen werden und danach noch mit jedem Element hier drin. Also sogar ein höheres n², nicht einfach nur einmal n², sondern ein bisschen mehr. Und das ist ineffizient. Wir wollen das Ganze in O von n schreiben und das geht dadurch, dass die Listen hier sortiert sind. Deswegen ist es auch manchmal so wichtig, Sachen zu sortieren, denn sortieren geht in O von n log n. Und damit sind wir natürlich insgesamt bei n mal n log n. Okay, das wäre dann, ja, egal. Die Listen sind sortiert, deswegen können wir hier starten. Und wir bauen uns direkt mal unser Result hier als Liste. Das muss natürlich die Intersection sein und in die packen wir jetzt quasi alles rein, was da drin sein könnte. So, die Idee ist jetzt, wir laufen von links nach rechts durch und überprüfen, ob die Elemente gleich sind. Aber wir laufen natürlich nicht immer mit allen Indizes weiter, sondern im Fall von der ersten Liste hier, diese 1 ist ja dann quasi kleiner als alle anderen. Das heißt, ich kann überprüfen, ist die gleich dem ersten von hier, dem ersten von hier. Okay, nein, ist nicht so. Also erhöhe ich nur das kleinste, beziehungsweise alle, die kleiner sind als das größte von den drei Elementen. Und in dem Fall ist es eben nur die 1, das heißt, der Index zeigt dann auf die 2. Dann überprüfe ich, ist die 2 gleich der 2 gleich der 2? Ja, wir haben ein Match gefunden sozusagen. Und dann gehen wir mit allen 3 in 1 hoch. Dann haben wir hier die 3 mit der 4 mit der 3. Okay, offensichtlich kein Match, weil hier ist keine 3 drin. Na ja, dann erhöhen wir aber nur die beiden 3er und die 4, das höchste Element, lassen wir so. Das ist quasi der Gedanke davon. So, als Code sieht das Ganze dann so aus. Also ich habe mir das davor auch noch nicht angeguckt, aber das wäre jetzt so mein intuitiver Gedanke gewesen, denke ich mal. Und wir nehmen hier quasi den Index 1. Wie weit laufen wir denn mit dem Ding durch? Wir laufen durch die ganze Liste durch. Also Länge von Liste 1. Aber wir machen das mit allen, weil wenn wir bei einer Liste am Ende sind, dann können wir quasi gar nichts mehr machen. Das heißt, wir sind hier quasi am Ende dann von der Liste angekommen. Und na ja, die anderen Listen, die gucken halt nur bis hier. Also bis zu diesem Element hier, beziehungsweise bis zu dem hier. Und die hier bis zu dem, weil die restlichen Elemente, die 7 und die 8, können niemals ein Match ergeben. Weil die 5 ist das höchste Element in der L1. Also ist da quasi Stopp. Also da können wir dann quasi aufhören. Das heißt, wir machen diese While Schleife hier sozusagen nur, solange alle 3 Indizes wirklich kleiner als ihre Liste sind. Sobald einer größer ist, dürfen wir nicht mehr darauf zugreifen. Also müssen wir hier aufhören. Das heißt, Index 2 muss kleiner sein als die Länge der Liste 2. Und Index 3 muss kleiner sein als die Länge von Liste 3. So, okay, was machen wir dann? Na ja, wir haben 4 Fälle, um genau zu sein. Und zwar, der erste Fall ist, wir haben ein Match. Was machen wir in einem Match? Na ja, da sagen wir, wenn L1 von Index 1 gleich L2 von Index 2 gleich L3 von Index 3. Was machen wir dann? Na ja, dann haben wir quasi ein neues Ergebnis. Das heißt, Dress.append. Und zwar, egal welches Element davon. Jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal L1 von Index 1. Das ist völlig egal, welches wir hier nehmen. Und erhöhen alle 3 Indizes. Also Index 1 plus gleich 1. Index 2 plus gleich... Äh, nicht plus gleich 2. Achtung. Plus gleich 1. Und Index 3 auch plus gleich 1. So, das heißt, wir laufen quasi mit jedem Index 1 weiter. Das ist der Fall, den wir hier bei der 2 haben. Dieses Element wird verglichen mit dem hier, wird verglichen mit dem hier. Und wenn wir dieses Ergebnis quasi angefügt haben, laufen wir mit allen 3 Indizes 1 weiter. Es würde reichen, wenn wir nur mit einem weiterlaufen. Dann würden wir halt im nächsten Durchlauf die anderen erhöhen. Aber so ist es deutlich effizienter. So. Der andere Fall ist, wenn wir kein Match haben. Das ist hier unten. Achso, hier oben können wir... Wobei... Ja, genau. Wir machen das so. Ähm, wenn wir kein Match haben. Was passiert dann? Nun, wenn wir kein Match haben, dann müssen wir die Indizes erhöhen, die kleiner sind als das Maximum. Nochmal das Beispiel. Die, äh, 3 hier. Ja, wir sind hier mit dem Index auf der 4. Also der Index 2 ist gerade mal 1. Während der hier, der zeigt auf die 3. Und der hier zeigt auch auf die 3. Also müssen wir alle erhöhen, die kleiner sind als 4. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal das Maximum aus allen 3 Elementen. Also sagen wir hier Max, äh, Maxi ist gleich... Max ist die Funktion, die ich benutzen möchte. Deswegen darf ich es nicht Max nennen. Vorsicht hier. Ähm, ihr dürft keine Funktion überschreiben aus Versehen. L1 von Index 1. Ähm, dann was ist unser zweites Element? Naja, L2 von Index 2. Und das letzte ist natürlich L3 von Index 3. Das wir hier vergleichen wollen. Okay. Dieses Maximum, ähm, das ist jetzt quasi der, der, der Faktor hier, ob wir ein Element erhöhen. Das heißt, ähm, hier sagen wir, okay, das ist offensichtlich kleiner als 4. Also 3 ist kleiner als 4. 4 ist das Maximum hier geworden. Das wäre das L2 hier. Also müssen wir mit dem Index 1 weiterlaufen. Und hier genauso. Mit dem Index müssen wir auch 1 weiterlaufen. Okay. Also, was machen wir? Ähm, ähm, if L1 von Index 1 kleiner, Maxi, was machen wir dann? Naja, dann laufen wir mit Index 1 1 weiter. So, plus gleich 1. So, und jetzt kann ich den Teil hier eigentlich kopieren. Und zwar gleich 3 mal. Index 2 bei L2, dann laufen wir mit Index 2 1 weiter. Und Liste 3 haben wir natürlich hier genauso. Wenn L3 von Index 3 kleiner als Maximum ist, dann laufen wir mit dem Index 3 1 weiter. In diesem Fall, in unserem Szenario mit der 4, wären, also wenn hier wir auf der 3 sind, hier auf der 4 und hier auf der 3, würde diese if hier true werden. Das heißt, wir würden mit dem Index 1 1 weiterlaufen, dann wären wir hier. Hier würden wir keinen true bekommen, weil Index L2 von Index 2 ist ja 4, also genau gleich Maxi. Das ist ja das Maximum. Also würden wir hier nicht weiterlaufen. Das hier würde nicht ausgeführt werden. Und L3 von Index 3 kleiner Maxi wäre natürlich auch true. Das heißt, wir laufen mit dem Index 3 auch 1 weiter und landen hier. Wunderbar. Das heißt, hier haben wir dann sozusagen das Weiterlaufen drin und gehen immer weiter, bis wir sozusagen wieder ein Match haben oder am Ende einer Liste angekommen sind. So, und was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir returnen, ups, außerhalb der while bitte. Wir returnen, wenn wir tippen könnten, das ist einfacher. Wir returnen natürlich Ries. Die while muss natürlich ganz durchlaufen und dann erst sind wir fertig mit dem Ganzen. So, und jetzt starten wir das Ganze mal und wir müssten eigentlich das Ganze fertig bekommen in einem Zug und sehen hier 2 und 4 ist auf jeden Fall schon gegeben. Wunderbar. Jetzt machen wir das Ganze nochmal ein bisschen weitergesponnen. In der Aufgabenstellung von Twitter war eigentlich die Angabe, man hat 3 Listen. Wie gesagt, das könnt ihr gerne erweitern. Das will ich jetzt hier gar nicht erweitern. Das möchte ich euch als Übung überlassen. Ihr habt 3 Listen, die ihr vergleichen wollt. Aber es war auch die Rede davon, dass es ganze positive Zahlen sind. Was wäre denn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch minus 2, minus 1 und 0 reinbaue? Oder was wäre, wenn ich hier, also ich mache jetzt hier mal überall eine minus 2. Ja, das passt doch eigentlich schon. Minus 2 und hier haben wir auch noch eine minus 2 dabei. Was wäre denn, wenn wir auch noch hier 2,5 hätten als Wert zwischendrin? Dann machen wir hier auch noch den Wert 2,5 rein. Dann haben wir nämlich den auch als Match 2,5. Also das ist jetzt nicht mehr Teil der offiziellen Aufgabenstellung. Ich mache hier mal ganz kurz ein Hübsch machen von den Listen rein. So, jetzt müssten wir theoretisch, ups, nicht debuggen, sorry. Ja, jetzt sehen wir hier, trotzdem es hat funktioniert. Wenn wir das ausführen, wir haben minus 2, 2,5 und 4. Das heißt, die Lösung ist sofort erweiterbar, auch für negative Zahlen. Natürlich muss es sortiert sein und auch für Gleitkommazahlen. Das heißt, hier müssen wir gar nicht mehr weiter darüber nachdenken. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist eben das Erweitern auf eine beliebige Anzahl an Listen. Aber ich kann hier auch schon mal ein paar Tipps geben. Die Indizes müssen natürlich eine Liste sein, die so lang ist wie die Anzahl der Listen. Okay, diese While muss man natürlich auch überprüfen. Das heißt, hier muss man für alle Listen muss das gelten. Das kann man mit einem All zum Beispiel machen. Da gibt es diese tolle Funktion All. Und dann hat man hier eine Funktion, die man hier benutzen kann. Hier muss natürlich dieses Ding auch für alle gelten. Hier das Maximum muss über die ganze Liste errechnet werden. Das ist auch quasi direkt in der Liste drin. Also einfach Max über eine Liste von den allen Zahlen. Und hier muss ich das natürlich mit allen machen. Aber da laufe ich dann einfach mit einer vor durch. Das heißt, vor Liste ist quasi auch Hitze, Zellvariable und so weiter und so fort. Also eigentlich gar kein großer Aufwand mehr hier dabei. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, wir haben das hier ganz gut gemeistert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir gerne, ob ihr noch irgendwelche anderen Sachen sehen wollen würdet. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.